Musik Musik Während die Vereine und Gäste eintreffen, gibt die Stadtkapelle Litschau unter Leitung von Direktor Adolf Geist am Stadtplatz ein Platzkonzert Musik 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 Nachdem alle Gäste und Ehrengäste eingetroffen sind, kann nunmehr der Abmarsch zum neuen Bezirksstellengebäude erfolgen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nach dem Ausgehen der Alphörner erfolgt nun die Begrüßung durch den Bezirkssteinleiter, Ingenieur Franz Rievo. Applaus 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 Ihm schließt sich an der Herr Bürgermeister der Stadt Litschau, Herr Direktor Franz Reithofer, der ebenfalls Grußworte an die erschienenen Gäste richtet. Anschließend richtet auch der Bezirkshauptmann von Gmünd, Herr Hofrat Dr. Franz Scherz, einige Worte an die erschienenen Gäste zur Eröffnung des Roten Kreuzhauses. Applaus 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 Er nimmt auch die Ehrungen vor, die dem Bürgermeister Herrn Franz Reithofer zuteil werden. So wie dem Bezirkssteinleiter Herrn Ingenieur Franz Riedl, dem Herrn Wegwart, und im Besondern natürlich dem Kolonnenkommandanten Herrn Josef Zeller. Applaus Nach Übergabe und Verleihung der Urkunden nimmt nun Hochwürden Herr Probst Ulrich Küchel und Hochwürden Herr Stadtpfarrer Norbert Urmettler die Segnung des neuen Bezirksstellengebäudes sowie eines Einsatzfahrzeuges vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Damit sind die Eröffnungsfeierlichkeiten beendet und das neue Rote Kreuzhaus ist seiner Bestimmung übergeben. Zum Abschluss der Festlichkeit wird jetzt in wenigen Minuten noch der Anflug des Rettungshubschraubers Christophorus 2 erwartet. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.